hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge den ring 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 na wie geht's dir will ihr weiß ich glaube hier mal zuletzt aufgehört wieder so eine unsichtbare mauer er hat viel zu viele knöpfe wird viel zu viele knöpfe da nehme ich auch zu hause wenn man da land kann verlorene kriegsarsche warum bin ich eigentlich schon wieder offline verjüngende bodi zeichen senden das ist ja eine sehr interessante wenn nur ein untoten hier wird das war's das ist das ist das ist das ist das ist das ist es der auch Oh Fängt doch schon wieder gut an hier. Ich muss mehr buffen, alles klar. It's a really good start. So, wir machen mal das Licht an hier. Dann melden wir uns nochmal kurz an. Ich wusste, dass du zwar zwischendurch ausmachen kannst, aber zwischendurch anmachen geht nicht. Musst du dich erstmal wieder neu anmelden. Was für ein geiles System. Oh, erstmal ein Bierchen. Dann zieh dir eins rein. Wo war das denn dann? Ich? Ich trinke keinen Alkohol. Noch mehr? Warum sind hier so viele Schatztoren? Schwarze Kapuze? Was ist da? Hm. Kerzenbaum, Holz, Schild. Und? Ja, aber die näher anwachsenden Schmetterlinge. Wo sollst du dir die Dinger kaputt machen? Und nicht oben gegen die Decke hauen? Ich geh schon mal auf. Ich bin da. Oh, nein. Du bist da. Ich bin da. Und da. Ich bin da. jetzt sagen wir mal die paar Unien noch mit ein er wird jetzt hier mit ihnen gehört ja nicht mit denen das ist ganz kaputt machen kann sehr schön braucht man echt noch so viel davon heute in der großfeil rachenbunden viermal dort was mit ihr bist runter gelaufen da ist abgerutscht ja so da dürfen wir nicht runterfallen aber da müssen wir rüberspringen gut will ich aber vorher sagen achten wir noch mal das wert dass da drüben gleich gegner sind was das für eine höhle? what the heck? hältst du die hoch? das ist richtig krass, skelettmaske schwarze raubvogelfedern das komplette set von dem ding eine robe mit schwarzen federn eines raubvogels stammt von den assassinen des rabenhorsts ein ritualfettich für die verwandlung in einen todesvogel wenn auch rein äußerlich verstärkte sprungangriffe wir sind die todesvögel die schatten der todesangriffe also angriffsgänger wenn ich ja jetzt erstmal das ziehen wir mal an was ist hiermit? eine skelettmaske die das gesicht fest und schließt stammt von den assassinen des rabenhorsts dieser ritualfettich gerät sich gnadenlos tiefer in das gesicht des trägers aber auch wenn es nun äußerlich einen todesvogel gleicht seine menschlichen instinkte sind noch vorhanden ich muss sogar noch ein bisschen ein lebenspunkt wie das aussieht jetzt sieht es aus ich bin ja so nackig unten was ist denn hier los? oh der krasse mantel soviel schlechter oder? sieht aber besser aus so sieht schon bad aus aus Hörner sieht schon geil aus aber es ist deutlich schlechter als die anderen Sachen ja hätte ich jetzt nicht gedacht er hat zwar mehr physische Abwehr mehr Fokus, mehr Lebenskraft aber das reicht auch wir wissen da unten ist ein Boss was haben wir denn hier? what? wir haben zwei Bosse? wir haben zwei Bosse Leute alles gut so machen wir erstmal den den Echoman Gares Echoman Gares ja immer schön ablenken genau perfekto mio ja ich bin noch ich denke ich bin noch ich denke Köpfe der Familie Axt eine Axt oder was? das ist ja ja ganz komisch aus ein bisschen Pflege hm oder mit Magiestan natürlich aber sieht cool aus oder? Das ist richtig cool. Ok, ok Leute, ok, ok, ok. Wollen wir mal, hier kommen wir zurück zum Ausgehen. Na, wir haben noch den anderen Boss, Moment mal. Was ist das denn hier mit der Höhle? Habe ich alles entdeckt? Ich habe das Gefühl, mir fehlen noch die Hose und die Handschuhe von der Rüstung. Schauen wir uns ausziehen, ok. Oh, das ist das hier. Echt? Ich bin die Hose, bin ich nicht. Aber die Hose, die Hose, habe ich gedrückt. Gute ja an den Wölfen ist, dass sie den ja sehen, ne. Große. Er siegt. Zerhüllende Schleier. Aber keine. Ohne Asche ist man dann am Arsch. Bin. Bin. Ja, ich find's gut, dass sie den auf jeden Fall gesehen haben. Verwirkt den Gegner beim Wegducken von vorgegnen. Ne, verbirgt den Träger beim Wegducken vorgegnen. Alles man aus dunklem Stoff mit edlem Glanz. Beim Ducken verbirgt er den Träger auf eine bestimmte Entfernung vollständig vorgegnen. Der Stoff stammt von einem der Tarnschleier, die in der Nacht der schwarzen Messer von den Assassinen eingesetzt wurden. Kann man noch besser schleichen? Wer wird? Kann man noch besser schleichen? Was ist das hier mit der Hühne oder gibt's hier noch irgendwelche Geheimnisse? Was ich komisch finde, wir haben zwei Helme gekriegt und einen Oberkörper. Aber wir haben keine Arme oder Beine bekommen. Sehr komisch. So. Finde ich wirklich sehr komisch. Der zieht aus, ey. So bei den? Ja. Dann trage ich dir jetzt mal ein. So, warte mal. Er war jetzt hier dir... Nekromant Gareth hab ich nur mehr getötet dafür ich ihn aber und der zweite Boss war Assassine der schwarzen Klinge damit 3x also 67 wenn ich mich nochmal voll so Passiv Ausdauer Regeneration so ne so ein kleiner Turtel ich seh hier oben nicht guck mal hier was ich hinten auf dem Rücken habe ich hab deinen Bruder so Licht hab ich angemacht da ja große Last mit neuer Last da jetzt Zeit für mein Rotkäppchen da da lag ein Item glaube ich in der Mitte von dem Kreis da hier gibt's Blutrosen hm also da hinten war das Parfüm Ding ne und die entstellte Katakom auf jeden Fall wenn das für eine Figur hatten wir die schon gemacht ja ne ich glaub die hatten wir schon gemacht hier 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 mit die ganz komischen Typen Lass mich raten du bist ein Bogenschütze oder sowas lass mich raten du bist ein Bogenschütze oder sowas oder ist das hier so ein komisches Tier das so immer hier von der von der Klippe fällt weil es falsch äh falsch platziert wurde oder so es gibt ja manchmal so Gegner ja die werden falsch platziert und dann fallen die einfach durch die Map und dann kriegst du Punkte für die jetzt haben wir die Waschung was haben wir denn hier schönes also hier ist der Fahrstuhl zu diesem Magma Lindbom ja ich erinnere mich dunkel ist schon ne Weile her wo wir hier waren und dann haben wir hier nie weitergemacht auf dem Plateau weil wir ja noch andere Sachen hatten genau ich hab nur die Gnade gehummult und dann sind wir ja wieder zurück weil wir ja noch genug andere Sachen hatten ja ok das sieht aus wie so ne Mini Version von irgendjemandem Weile nicht weh juck ihn gar nicht und und ich weg springen macht man nicht Ach man, ich muss doch weg springen. Denk ich, wenn ich so... Das nicht. Anzerstörung wie so ein bisschen. Oh. Sieht ja fast so, als wenn man da runter könnte. Oder? Der Fahrstoß. Boah, ist mal ein schöner View. Wir sind Friedhof. Wir haben da rechts jemanden stehen. Da links ist jemand oben drauf. Keiner macht Patrouille. Da hinten haben wir diese Wiederbelegungsding. Wir sind hier auf die Wagen drauf. Ich würde mich natürlich interessieren, ob die Wagen noch irgendwelche Items haben. Das sieht nicht so aus. Ich glaube, die sind alle leer. Weißt du, wie das aussieht? Als wenn das so ein Zug ist. So Waggons von Zügen. Aber nicht diese komischen anderen Dinger, die wir schon gesehen haben. Ja, was machst du dann? Jetzt nochmal gucken. Okay. Jetzt kommt der Wagen. Jetzt kommt der Wagen. Jetzt kommt der Wagen. Ich hab' den Wagen. Was war das denn? Das war ein bisschen Fools. Eine Pistole, oder? Oh, was ist das für magisch? Was haben wir mit dir da oben jetzt eigentlich? Flamme an! Hm, der rein zerbrochen die Flamme. Hier probieren wir nochmal. Und? Flamme an! Hm! Probier den hier. Hab' ihr Hit? Nee, nicht mal so als Reise auch hier. Anna! Oh no! Ich hab' dich gehört! Wo bist du? Ach da! Ich hab' dich gehört! Wo bist du? Ach da! Komm! Ach da! Was ist das denn? Achso. Da habe ich ein Elektrodinger. Nee, nicht runter. Nein, nicht runter. So will ich das haben. Genau so will ich das haben. Ich bin die ganzen Schatzthronen. Hier gibt es keine Schatzthronen. Das ist die Schatzt. Dann, das geht dann. Es geht so. Okay. Ja. Ich bin der Schatzt. hier ist aber auch nix ne? der wohl immer so, oh ist alles ob was ist denn der Odeck? Eidos Platon ich hole noch ein Item Herrschermaske und Herrschermaske eine Maske nach dem Antlitz eines runzligen Weisen gebräuchlich unter den Herren eines kleinen Volkes stärkt den Glauben um einen Punkt, cool die Maske verkörpert die Ideale eines Anführers vornehmlich Weisheit und eine gewisse verblasste Genialität wer im Zentrum gesellschaftlichen Treiben steht, schätzt diese Eigenschaften was ich eigentlich nehme, wa? weil wir mehr schauen und die Obe Herrscherrobe ok opulente Robe tragen von die tragen von Herren eines kleinen Volkes je blauer unterstreicht den hohen Status des Trägers je blauer das ist desto besser wird Liebhaber voraus daher Liebe anbeten ach du scheiße war der denn ach du scheiße war der denn ach du scheiße war der denn was macht der mir war der ja nicht klar mir war der ja nicht klar guten Abend Mike na großer Weber seine Woche ok ok genau warum der ach du heiliger Strohser im doch so hab nix wo ist er hin wo ist er hin wo ist er jetzt weg 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 GZ-Mark Drei Mäuschen, uuhuhuhu Nice Wie ist denn der jetzt so? Uralter Blacha Plansiacs Mal gesehen, aber der hat mich noch nicht gemacht Ja, war aber knapp, muss ich sagen Wer will mal weg? Abholt Danke? Weiß nicht warum, aber Dank Fett nehme ich immer an Fett Meinst du schon von der Bank, oder? Ja Drei Mäuschen ist schon nice Gibt auf jeden Fall ordentlich Tente auf dem Füller Ja Aber hier ist ein Krimentsknopf Ja Eine goldene Sonnenblume Uh, nicht befleckt Ja Wo gibt's denn sowas? Und sonst Mike, wie geht's dir? Ja Drei 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 hurricanes Ja Ist der jetzt abgehauen, weil ich zu weit rechts war? Oder ist der abgehauen, weil er so gescriptet ist? Der ist ja offensichtlich immer noch im Feinden. Hm. Keine Ahnung. Das Feuer ist ja richtig schlecht, ey. Oh Mann, ey. Ja, Angst. Ja, der ist auf jeden Fall weggeflogen. Wäre aber nicht der erste Drache, der jetzt schon weggeflogen ist. Tatsächlich schon der zweite Drache, der einfach wegfliegt. Den ersten Drachen habe ich auch bisher noch nicht wieder gefunden. Der ist einfach weggeflogen und dann... Keine Ahnung, wo der ist. Und das wäre jetzt hier der zweite Drache, der weggeflogen ist. Plötzlich... Ich weiß nicht, der eine... Also der erste Drache, der weggeflogen ist, der ist Punkt... Ne? 50% live. Und dann war er weg. Und dann ist er weggeflogen. Der hier, der hat ja gerade mal Wasser gerade gekriegt hier. 70%, 80% hat er noch gehabt. Und war jetzt weg. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir den jetzt auch auf 50% runter hatten. Also... Sah eher so aus, als hätten wir den bloß auf 80% oder so. Oder auf 70% runter. Wenn überhaupt. Ich höre es bis hier hin klappern. Hörst du es auch? Hör mal genau hin. Der klappert immer noch. So... Hier haben wir noch ein Item. Ein heranwachsender Schmetterling. Schön, schön. Toll. Haben wir noch eine goldene Sonnenblume. Haben wir einen kleinen Check. Der kommt bestimmt oben nochmal wieder. Der kann nicht wechseln. Der kommt bestimmt wieder. So wie der andere nicht wieder kommt. Komm, wir sammeln erstmal ein bisschen ein hier. Gehen wir mal her mit dem Loot. Vielleicht muss man hier unten so ein bisschen ankämpfen. Und dann fliegt er weg. Und dann muss man hier oben vielleicht weiter bekämpfen. Oder so. Ich bin ja gerade eh erstmal so ein bisschen am sammeln. Und ein bisschen am gucken. Wir kommen ja gleich nach oben. Vielleicht ist er ja da auch. Und wartet auf uns. Ich hab da keine Hektik. Weil ich will mich ja hier irgendwo umgucken. Sieht man hier vielleicht schon irgendwo rumlungern? Ne, ne? Ich kann mir nur meine Zähne vor Kälte klappen. Wie wir erstmal mit Heizung anmachen. Aber im Sommer ist es jetzt so heiß, wa? Und im Winter zu kalt. Mann, 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 Mann. Wie kostet Geld? Wie kostet Geld? Wieso? Ich muss sie mit Cola heizen halt. Wieso? Was aber ich mejores habe? Jetzt habe ich keine Wärmepumpe. Ist natürlich ein bisschen schlecht. Wieso? Nein. Ich bin ein bisschen schlecht. Ok, jetzt habe ich keine Wärmepumpe. Ja, nein. Kann ich jetzt zwar nicht drücken. Wieso? was ist das denn für einen anblick guck mal ich kann da sogar bis ich kann sogar hingehen cool so mal waren wir noch nie oder am baum höhle des weisens also höhle des weisens war geil richtig gut guck mal da eine gnade und nicht nur das eine goldene saad weißt du was wir damit machen können ja eine weitere flasche kann man machen genau muss mal habeck anbitten dass ich eine wärmepumpe gesponsert bekomme warum gibt es die denn bei euch nicht so wie viel haben wir denn muss haben wir sagen 4,7 nein wir machen 5,6 mit melina sprechen was möchte sie denn von mir ja die ertree ist close only a little further till the foot of the ertree and the accord is fulfilled it takes me back i was born at the foot of the ertree my mother gave me my purpose my purpose though now everything is lost to me i have to ascertain for myself the reason for which i live burned and bodiless bodiless ehhh ich habe leider nicht genug tut mir leid das war es dann melina kann es wieder gehen die gegner ja aber Oh, noch keine Dings hier, dass ich die Karte sehen kann. Dann brauche ich ja gar nicht die zwei Scheiben, oder? Für diesen Aufzug. Dann gibt es ja immer andere Möglichkeiten, da hochzukommen. Ob das jetzt ein Umweg ist oder ein direkter Weg ist. Ruinen von Lux. Windmühlen. Die sitzen ja auch auf Windkraft. Die sitzen auch auf Windkraft. Das kannst du mal sehen. Kennen wir die nicht? Das ist auch die, die ihr Necklace schon mal verloren hat. Also ihre Käppe. Ach ja? Ich weiß, dass du die Schäden gehabt hast. Ich hierbei invito dich in die Volkana. Geh meine Hand. Und hab die Zuschauer mit meiner Frau. Okay. Gib mir deine Hand. Ich versuche, dass du den gleichen Weg wie Frau Tanith folgst. Oh. Der ist ja auch noch weg-thetoportiert. Haus Vulkan. What? Natürlich sind da wieder irgendwelche heißen Nachrichten. Ach. Ich hab mir nicht mal ein schönes Buchtuch verfahren, weißt du? Wieder ihre Scheiß-Nachrichten überall hin ficken müssen, ey. Mal kurz rausgehen. Ich möchte ein besseres Bild haben. Wenn ich die Scheiß-Nachrichten nicht genanke. Ich bin so auf den Sack gehend den ganzen Nachrichten. Ich bin so auf den Sack gehend. Ich bin so auf den Sack gehend. Guten Tag, Constance. Wir getzinken. Brave, Tarnished. Willkommen. To the Volcano Manor. I am Tanith. The proprietress of this house. Raya spoke well of you. A warrior of promise. I believe she said. Vielleicht bist du bereit, eine Erkennung zu machen. Willst du uns hier in der Volkano-Manna und resiste die Tide? Warum akzeptiere den Wettbewerb ihrer Gräse oder bin durch die dogmatischen Ramblinge der Fingern? Ries mit uns! gegen die Erdtree! Aus Volkan beitreten? Nö! Bin ja schon bei Rani. Oder die Echse. Nö! Das ist schrecklich. Ria wird verabschiedet. Aber ich werde nicht mit deinem Arm. Jetzt. Zeit für dich zu verlassen, ich denke. Lass diese Intersektion von unseren Straßen sein die letzte. Was ist das? Haben Sie wiederkonsiedelt die Prospekt von uns mit uns gegen die Erdtree? Gucken wir mich trotzdem mal kurz um, oder? Ich habe bestimmt nichts dagegen. Beschlüssen blockiert. Beschlüssen blockiert. Interessant. Die kann man ja nicht angreifen. Interessant. Verschlüssen. Natürlich alles verschlossen, ne? Ja logisch. Irgendwo. Der war einfach so offen, ne? Was ist denn überhaupt keine Bediensteten hier? Was ist denn los? Die hat hier vor 50 Leute getischt, ey, wisst du? Was ist denn? Wer ist denn das denn? Ja, eine coole Waffe. Hat der aber ihr Zeug gehabt? Guck mal, und ich bin zu hoch. Okay. Jesus' Rad. Habe ich gerade seine Waffe bekommen? Cool. 28 Stärke und 18 Geschicklichkeit. Blutverlust von 70 Punkten. Ein großes Eisenrad mit Klingen, die Haut und Fleisch fein säuberlich vom Knochen schiele. Dieses Folter-Instrument stammt vom Inquisitor Giza. Eine Drehung des Rades verursacht furchtbare Schmerzen und Blutverlust. Das Design wurde später für die berühmten Waffen der eisernen Jungfrau übernommen. Habe ich die Hände für den Typ? Miedelstein und 6 hat er beschützt, der Typ. Du mal, der hat einfach kaputt gemacht, die Sau. Na gut, aber wir sind jetzt eine Waffe reiche. Nicht von der Seite zu öffnen, okay. Das ist ja ein ganz großer Typ. Hier. Oh, guck mal da. Die Karte. Gell mir. Warum sind hier alle tot? Hier hängen ja alle Arten von Gegenden. Normallos, aber auch so eine Trolle und Riesen. Jetzt habe ich schon auch einen Boss, oder? Wir reiten erstmal an dem vorbei, wollte ich sagen. Und das ist die Karte und ich sehe da schon eine Hand. Echt? Aber weißt du was, Hand? Das ist schon jetzt. Hm. Also. Hier. Oh, der sieht ja wieder Typ aus bei der Ballen. Scheiße, die haben hier Marionetten und sowas. Der sieht doch aus wie so ein Zentakel. Typ. Da sind ja noch mehr Marionetten. Shit. Was ist denn da? Der läuft mal Wahnsinn an. Der noch ein Baum. Wollte sie hängen. Der goldene Sand. Gut. Erwischt. Durch und durch. Noch eine Kriegsrasche. Das sieht aus wie. Mit einem Bogen, ne? Der Sand ist ja toll da unten hier. Wahnsinns Attacken. Aber er hat immerhin zwei Marionetten schon mal kalt gemacht für mich. Und jetzt guck mal. Wenn ich jetzt erstmal nicht so verkehrt, ne? reistet gut Sehr gut. Vulkanstein? Zweimal. Scheint aber nur recht klein zu sein, ja? Okay, hier fangen die Hände an. Irgendwie ist es nicht die Hände an. Okay. Sehr gut. Kommt schon ab hier, die Picker. Oh. Teile Hände, oder? Dunkelschmiedestein, Stücke 4. Das droppen die fast alle, ne? Oh, was ist denn da unten? Das sieht aus wie Lade. Nee, meins. Wir müssen so ein bisschen auf den Boden achten. Vor allem auf die großen Hände müssen wir achten. Hier ist ein kleiner Hand. Gut. Da sehe ich auch noch eine Hand. Die ist da voll am abchillen. Das ist noch hier noch am abchillen. Ist denn immer so komisch den Boden am streicheln? Ich darf nicht nur auf den Boden gucken. Manchmal sind die Hände auch oben irgendwo. Wie kleine Spinnen, wa? Ekel. Wie kleine Spinnen. Wie kleine Spinnen. Wenn der fliegt. Hier oben ist auch noch was. Aber den Treuböde werde ich trotzdem probieren. Den Troll werden wir trotzdem probieren Da unten kriegt irgendwas Schaden Interessant Der hängt hier irgendwie im Stein fest So, der ist das gleich tot Was hat er gegeben? 300 Hier war da auch noch eine Hand Die habe ich doch mit dem Bogen schon angeschossen Wo bist du, my lady? Oder ist sie runtergekrabbelt? Den Schaden da unten? Ich habe da unten irgendwas gekämpft Wo ist die Hand hin? So, neue Karte gefunden Game here Na ja Soll ich mal so klein, wie ich gerade sehe? Hier, da waren die Ruinen Da waren wir schon Da Hier war der Friedhof Dann sind wir hier hoch Und dann war hier oben Wo das Mädel Bei den Ruinen von Lux Genau Da war das Mädel gewesen Sonst haben wir Erstmal noch nix Machen Oh, wir sind jetzt schön mit Das sieht ja mal nice Ah gut, wir sind erst mal hier oben Also hier scheint ein toter Baum zu sein Interessant Da gucken wir auch gerade in die Richtung Sehen wir aber von hier aus nicht Obwohl er gerade zu ist, ein toter Baum So, was ist mit dir, Kollege? Fürst Rickard Wenn eure Blasphemie Dieses stinkende Feld Des Todes bringen würde Kann ich euch nicht länger folgen Niemand kann das Jetzt mal ganzer, wo ist denn diese eine Hand hin? Oh, da ist der Baum Der ist ja richtig kaputt Da wächst ja gar nichts mehr Er ist ja nur noch tot So, wir haben die Gnade berührt Wir gehen mal nach oben Und gucken, ob wir den Troll da machen können Passt immer mehr auf die Karte Was schon mal richtig nice ist, finde ich Oh, hier sollten noch keine Hände mehr drin sein So, Mr. Troll Wie sieht's aus? Alter, das Ding ist ja riesig Das Schloss ist riesig Und ich habe keinen einzigen Zugang dazu Alter Schwede Ja, im Prinzip müsste ich ja das Covenant annehmen Aber ich weiß nicht, wie das ist Wenn ich jetzt ein Covenant annehme Kann ich dann das andere immer noch machen Und besser Ein Coop-Bogen, wow Was ist das denn da unten? Das sieht aus wie ein Witch-Doktor-Haus oder sowas So ein Hexen-Haus meine ich Oder? Das sieht aus wie ein Hexen-Haus Oh, Coop-Bogen Er braucht acht und zehn Aber er hat natürlich eine übel kleine Reichweite Eine Kralle mit zwei scharfen dünnen Klingen Diese Waffe der Assassinen des Rabenhorsts Ist eine Huldigung an die Angriffstechnik der Todesvögel Perfekt für Angriffe aus der Luft Und der aufgeladenen Angriff Ähnelt sogar dem Sturzflug eines Raubbogels Der hat auf jeden Fall seine Kumpels plattgemacht Und es sind zwei davon Der ist sogar schon angeschlagen Okay Hierzu dann weg Okay Okay Wenn er jetzt immer nur so rumballert Sollte er irgendwie machbar sein Wenn ich nicht ständig zwischen seine Beine schießen würde Schon wieder dazwischen die Beine Ach Spiel Jeder Gegner hat Homing Missiles Jetzt aber ich nicht Zum Kotzen Das ist echt zum Kotzen Und da gibt es auch noch Vulkanstein Sehr gut Den war jetzt mal mit Wo sind die Leichen hier? Sakramentsknospen Sakramentsknospen Das war jetzt natürlich einfach Dadurch dass er die ganze Zeit nur rumgecastelt hat Könnte ich den natürlich easy peasy besiegen Hier ist ein alter Sechs Schmeckerlinge Das sind wir schon auch Schmeckerlecker Lecker Schmecker Darf ich jetzt erst mal hier auf dem Plateau Oder gehe ich wieder zurück? Gute Frage Gute Frage Gute Frage Wir brauchen 5 AP Wollen ja jedes Mal ein One-Shot sein Oder so Muss nicht sein Wer hat dich denn umgebracht? Wo kommt hier wieder der Sache oder was? Der kommt ja auch nicht mehr wieder Ah ne der war ja woanders Kann man ja gar nicht hier Was tut ihr denn hier mit Flitzen? Sakramentsknospen Oder halt So die gehören jetzt mir Jetzt nicht so besonders aufgepasst Was ist das denn hier? Ist das ein Goldstein? Vielleicht 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 auch nicht Und woher muss ja das Gold kommen Dann sieht es aus Als wenn man da auch lang könnte Groß Vulkan Ein riesen Anwesen Und man muss da beitreten Um da rein zu kommen Oder was? Aber so wie ich das Spiel bisher so mitbekommen habe Gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg hinein Wir hatten ja immer zwei Wege gehabt So wie es aussieht Vielleicht nur kleine Oder muss ich einen großen Aber muss ich einen großen Und die Decke auch nichts Oh Okay What the heck What the heck Was ist das denn? 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 2.900 fast 3.000 runen gibt er mir und eine larven träne die larven träne wenn er die gedroppt hat wird er wahrscheinlich nicht noch mal wieder kommen aber die larven träne wird benutzt um seine attribute zu resetten und auf null zu setzen damit er noch mal neu scallen kannst also nehme ich mal an dass der nicht noch mal wieder kommt also ein einmaliger gegner oder man kann ihn immer wieder besiegen und immer wieder larven träne wohl bei dem wer heißt das schon wer heißt das schon warum kann ich hier meine wölfe holen was ist der grund gleich wieder ein draffer na gut holen wir mal unsere wölfe und dann schauen wir mal was es hier so schönes gibt umgeist mit geschwüren mal mal schochen Oh. Oh, what? Getroffen? Was? Schon am Zaubern? Natürlich nicht. Jetzt ist er erst am Zaubern. Eine Welpe kaputt gemacht, ne? Ein ganz schön großes Monster. Jetzt mal schauen. Schon am Zaubern? Aber zaubert die mich, obwohl ich gedruckt habe. Huh 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 huh! Das ist wilder. Verhärtete Bleiträne und himmelblaue Geheimnisträne. Ja. So, Baumgeist suchen. Mit Geschwüren. Hat mich nicht gekillt, dafür ihn aber jetzt das zweite mal weggehauen. Das war der 68. Boss. So, okay. Gut, dass ich die Wölfe vorher schon geholt habe. Danke, Mike, für deine Unterstützung. Werd mich mal reden, ne? Gucken wir mal. Träne, Träne, Träne. Was war das? Blei und himmelblaue, hm, die hier. Geheimnisträne. Oh, hebt alle FP-Kosten auf. What? Get crazy. Und verhärtete Bleitränen. Erhöht kurz das Gleichgewicht. Aber das Zauber keine FP mehr kostet? So, was finde ich. Niederer Erdenbaum. Ja, aber der ist tot. Der ist komplett vertrocknet. Und es ist auch nur mit Schildern, nicht nur mit Schildern, bis jetzt heimladen. Heute noch zwei, fünf Stücken. naja der boss verhältlich wäre doch besser ich habe mich schon ganz ehrlich zu sein ich habe mich schon tot gesehen in einer oder zwei situationen schon gedacht okay vielleicht bin ich down hat dann doch funktioniert feuer fett mit bordel volle ist ja nur dran damit man das schneller benutzen kann jetzt haben wir hier nicht wieder viel xp wie ich sehe vielleicht denke ich ein normaler schuss normaler schuss reicht auch ja gut wo sind wir jetzt naja wir sind jetzt da also ich war den ganzen weg hier unten dann sind wir hier unten hier sieht es aus als wenn man da oben auch noch bin könnte die eigentlich mal gucken gehen weil hier und das ist also wenn man hier so hoch könnte ich sage müssen eigentlich nur gucken gehen weil das nicht nur vorher bisschen blut ja mal gucken hier irgendwie eine gnade ist so was sehe ich denn da unten da unten sehe ich einen scheiß Hund und aber noch keine Gnade da oben sind ja jetzt die ganzen Hände wieder da und das ist der Weg da oben wir porten uns mal kurz hier oben rein dann gucken wir noch mal ob wir da oben lang können oder nicht jetzt nicht mal unten wieder weiter da guck mal da da kann man nur hoch aber ist eher gedacht um wieder runter zu kommen ne ich habe gedacht um hier wieder runter zu kommen naja ah jetzt ja eine Insel aber wir können ja trotzdem mal gucken ob hier noch Unwut ist ne die haben wir hier nicht umsonst Wachen rumstehen ja habe ich nicht gesagt die haben wir nicht umsonst hier Wachen rumstehen aber von hier aus kommt man nicht rüber ne man rutscht ab also ich würde sagen man rutscht ab deswegen werden wir das nicht probieren und stattdessen gehen wir wieder runter dort Straße der Sünde wenn ich es gerade richtig gelesen habe oder Straße der Sünde Straße der Sünde Straße der Sünde was ist denn eigentlich mit den Knospen kann ich die jetzt nochmal einsammeln Knospen sind weg. Es gibt nur ein Mann. Den Helm haben sie glaube ich nochmal. Kein Schwertschlussel! Invasion. Anastasia, Verschlingerin der Befleckten. Okay. 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 die blinde das zählt als groß axt groß axt ja was hast du meinst du noch andere sachen mit auf arbeit nur die hunde oder gibt es hier noch andere sachen bitte mit leichen gesteckt freudener spur hier erhöht angriff und verteidigung bei euch und eurem verbündeten eine anrufung der gläubigen des erdenbaums erhöht die angriffskraft und verteidigung des zaubernden und seiner verbündeten in der nähe halten um weiter zu beten und die aktivierung zu verfügeln diese anrufung wird den rittern der königlichen hauptstadt seit generationen gelehrt sie ist eine eine stützte und quelle des mutes für alle ritter die entfernt der heimat gut fällt jetzt nicht sich nur ausrüsten dann kann ich ja das feuer wieder wegnehmen hier aus der flamme des grausamen gottes der braucht mir viel zu lange bis der aktiviert und so das lichter ja auch nur fünf meter los ist ja gar nichts mich schon gesehen ja ja ist okay das ist okay komm lass mich mal die wackel wechseln ach das ist ja ein großer ja ja wir sehen uns gleich wieder zauber der hört sich auf jeden fall nicht schlecht an nochmal wechseln der explodierende zombie ist aber auch nicht mehr da also der die 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 Den muss ich auch planen, weil er mich schon gesehen hat. Ich habe es schon gesehen. gut um Irgendwas Großes. Wo hat der mich gesehen? Jaaalu. Sorry. Ich bin gespannt was ich mit dem Vulkan-Dinger noch machen kann Das ist ja eine Explosion-Dinger Von hier runter? Ne, wahrscheinlich nicht Ich kann es nur zeigen Ein guter Ein guter Ein guter Ein guter Nein, nein, bitte Sieg erheb Das war's. Oh, weil da viel drinne trippst, musst du deutlich mehr schauen. Aber da wird ja viel. Aber nur wenn du es auch trippst. Ja, ist kacke, wenn du hier nicht so land kannst. Wer leitet da hinten mit irgendjemandem? Aber nicht mit mir. Äh... Jetzt nur noch Gifte aussehen. Nice. What's your name? もし... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020